Johann Christoph Adelung war ein deutscher Bibliotheker, Lexikograf und Germanist. Leben Johann Christoph Adelung wurde am 8. August 1732 in Spantekor bei Anklam als Sohn des Pfarrers M. Johann Paul Adelung geboren. Seine Schwester Christiane Sophie Adelung ist die spätere Ehefrau von Johann Friedrich Sprengel und Mutter des Hallenser Arztes und Botanikas. Kurt Sprengel Nach dem Besuch der Stadtschule in Anklam und des Gymnasiums in Klosterbergen studierte er ab 1752 Evangelische Theologie in Halle U.A. Als Schüler Sigmund Jakob Baumgartens. Adelung war 1756 Mitbegründer der dortigen Freimaurerloge Philadelphia zu den drei goldenen Armen. Deren erster Sekretär er wurde, er muss folglich schon früher in die Freimaurerei aufgenommen worden sein. 1758 wurde Adelung in Erfurt Professor am Evangelischen Ratsgymnasium. 1762 wurde er zum Sachsen-Gotharschen Rat ernannt. Ab 1765 lebte er in Leipzig, wo er als Übersetzer, Korrektor und Redakteur arbeitete. 1785 wurde Adelung Mitglied der Deutschen Gesellschaft in Leipzig. 1787 wurde er zum Oberbibliotheker der Kurfürstlichen Bibliothek in Dresden berufen. Überließ die Repräsentation aber oft dem 2. Bibliotheker Karl Wilhelm dem Dasdorf. Die tägliche Öffnung der Bibliothek und eine erfolgreiche Weiterführung der Arbeit von Johann Michael Franke im neuen Domizil. Dem japanischen Palais werden Adelung zugeschrieben. Seit 1787 war er auswärtiges Mitglied der Königlich-Präußischen Akademie der Wissenschaften. Zusätzlich übernahm Adelung 1793 die Aufgaben eines Bibliothekers in der Privatbibliothek des Kurfürsten Friedrich August III. Adelung starb am 10. September 1806 in Dresden und wurde auf dem inneren Neustädter Friedhof beigesetzt. Werk Adelung ist am bekanntesten für seine grammatischen und lexikografischen Schriften. Hat daneben aber auch auf zahlreichen anderen Gebieten gearbeitet und Übersetzungen eigene literarische Texte, historische, naturwissenschaftliche, pädagogische und journalistische Arbeiten veröffentlicht. Adelungswohl bedeutendstes Werk ist sein grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, die für ihn im engeren Sinne die Meißner Kanzleisprache ist, die bevorzugt wird. Wesentlich ist aber auch der Untertitel. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen, wodurch sein Werk die bis dahin umfangreichste synchrone Bestandsaufnahme der deutschen Sprache bietet. Die den Lermater hinzugefügten Vergleichenden Synonyme sind oft relativ ausführlich kommentiert. Und er geht auch auf die unterschiedlichen Bedeutungen in den Sprachgebieten ein. Es gibt recht viele orthografiebedingte Verweisartikel. Was Adelung als hochdeutsche Mundart im heutigen Wortsinne betrachtet, wird nicht zum Lämmer, es gibt aber viele Fach- bzw. sondersprachliche Lämmerter. Oft teilt er seine Ansichten zur Orthographie mit manche Lämmerter zu Buchstabengruppen scheinen vor allem deshalb aufgenommen worden zu sein. Im Laufe der Zeit wird Adelung skeptischer gegenüber den Rechtschreibreformen. Und schließlich bekämpft er in der Vorrede zur zweiten Auflage seine eigene frühere Haltung und schreibt Wörter teilweise anders. Es finden sich Aussprachekennzeichnungen vermehrt noch in der zweiten Auflage bei noch nicht eingebürgerten Fremdwörtern. Verstreut über das Werk findet sich eine stark gestrafte Wortbildungslehre zum Deutschen des 18. Jahrhunderts. Ausführlicher geht er darauf besonders bei den Lämmerter zu Partikeln und Präfixen ein. Bezüglich der Etymologie sind ihm alle heutigen Grundsätze fremd. Er wusste nichts von der germanischen und der hochdeutschen Lautverschiebung. Kennt keine neu-hochdeutsche Diphtongierung und keine Monophtongierung, gesetzmäßiger Lautwandel, Ablaut. Indo-germanische Wortbildungs-Suffixe sind ihm ebenfalls unbekannt. Es finden sich jedoch manchmal durchaus richtige Etymologien. Ein vollständiger etymologischer Kommentar, so vorhanden, ist jeweils dreiteilig. Erstens kommen Angaben gleichartiger Wortformen aus anderen Sprachstadien, dann ein Überblick über die Etymologie seiner Vorgänger, die er gut kennt und schließlich seine eigene Etymologie. Sie scheinen Herrers Abhandlung über den Ursprung der Sprache im Einzelwort zu dokumentieren. Adelungs-Wörterbuch hatte einen großen Einfluss auf die deutsche Lexikografie, das genaue Ausmaß ist jedoch relativ wenig bekannt. Bezüglich des genauen Wörterbuch-Gegenstandes herrscht in der Forschung eine pluralistische Orientierungslosigkeit. Mindestens das Oberdeutsche kann man trotz negativer Kommentare zum Wörterbuch-Gegenstand hinzurechnen. Ähnlich sieht es bei der Frage aus, ob seine Arbeit normativ oder deskriptiv war. Besonders aufgrund der umfassenden Vergleiche hatte das Wörterbuch-Normenden Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Laut Kühn und Pischel darf er dennoch angezweifelt werden, dass er die Sprachnorm festlegt, denn in den 50er Jahren des 18. JHS existierte bereits eine fehlgelesene poetische Nationalliteratur, die bereits weitgehend einer einheitlichen Sprachnorm folgte. Daneben geht auf den Autor die Adelungs-Schreibung zurück, die in Teilen des deutschsprachigen ab dem mittleren 19. J.H. und von der zweiten orthografischen Konferenz 1901 bis zur Rechtschreibreform von 1996 im ganzen deutschen Sprachraum mit Ausnahme der Schweiz für das SZ verbindlich war, inzwischen aber von der High-Session-S-Schreibung abgelöst wurde. Werke, in Auswahl, Germanistik, grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Ausgabe Wien 1811 Faximile und Volltext Deutsche Sprachlehre für Schulen Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache Punkt Punkt Magazin für die deutsche Sprache Kleines Wörterbuch für die Aussprache, Orthographie, Biegung und Ableitung Über den deutschen Style Älteste Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Literatur bis zur Völkerwanderung Vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie Punkt, 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 Punkt Sonstiges Denkwürdigkeiten Friedrichs des großen, jetzt regierenden Königs in Preußen Geschichte der Schifffahrten und Versuche, welche zur Entdeckung des nordöstlichen Weges nach Japan und China von verschiedenen Nationen unternommen wurden Zum Behufe der Erdbeschreibung und Naturgeschichte dieser Gegenden entworfen Glossarium Manuale et Scriptores Mediee infime latinitatis Ein Auszug aus dem Glossarium et Scriptores Mediee infime latinitatis mit vielen eigenen Zusätzen Versuch einer Geschichte der Kultur des menschlichen Geschlechts Volltext Geschichte der menschlichen Nahheit oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünstler Goldmacher U.A.A.T.L.E. Directorium Diplomaticum Komma Punkt Punkt Mit Redates oder allgemeine Sprachenkunde Von Johann Severin Vater fortgesetzt und vollendet Siehe auch Johann Heinrich Sedler Joachim Heinrich Kampe rien Euro она mez Vielen Dank.